Ganz besonders, weil das Flugzeug fliegt und weil es der Sweetspot schlechthin ist. Thank you, thank you. Guckt mal, jetzt haben wir hier noch einen ganzen Bus. Nur für uns auch besichtlich. Das ist doch cool, oder? Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Also heute geht es nicht um Qatar Airways oder um QC Pacific First Class. Sieht vielleicht so aus, nein. Aber vielleicht schon so ein bisschen, denn ihr könnt diesen Flug in der First Class und vorher noch in die First Class Lounge in Doha und das ganze Erlebnis mit Champagner, feinstes Essen, Superservice oder halt auch einfach nur schlafen, wenn ihr das möchte. In einem flachen Bett und sehr begegnet. Mit nur einer Kreditkarte, die ich euch in diesem Video vorstelle, buchen. Und das fast for free, denn ihr bekommt die Punkte geschenkt dazu. Und mit diesen Punkten könnt ihr allein mit diesen Punkten nämlich diesen Flug buchen. Sternchen, 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 Sternchen. Denn ihr müsst trotzdem noch Steuern und Gebühren bezahlen. Ungefähr 250 bis 300 Euro. Aber das war's. Weißt, ihr habt dieses Glück-Erlebnis mit nur einer Kreditkarte und das ist Parat ihr euch gleich nach dem Intro. Das könnte ich jetzt für viele Kreditkarten, die aktuell in einer besonderen Aktion sind, behaupten und sagen. Okay, das ist auch halt nicht so, aber hier geht es um die American Express Platinum Business. Also da bekommt ihr, wenn ihr ein Business habt und den ihr gerade benötigt und ganz viele andere für euer Unternehmen benötigt, entsprechend 75.000 Punkte. American Express Rewards Points gratis dazu, wenn ihr einen entsprechenden Umsatz schafft in der entsprechenden Zeit. Aber als Unternehmen sollte das eigentlich kein Problem sein, ansonsten überlegt ihr euch das vorher, denn dann bekommt ihr nämlich keine Punkte. Aber mit 75.000 Punkten und ihr müsst, wie gesagt, einen Mindestumsatz von 15.000 Euro schaffen. Und mit diesen Punkten, die ihr wieder durch den Umsatz geschafft habt, plus nicht vergessen, den Punkt Turbo zu aktivieren, der euch anstatt einen Punkt pro ausgegebenen Euro pro Karte, denn jede Karte sammelt auf euer Konto, mit dem bezahlt worden ist, bekommt ihr einen Punkt. Wenn ihr den Turbo aktiviert habt für eure Karte, bekommt ihr dann eineinhalb Punkte pro Euro. Das heißt, für die geforderten 15.000 Euro, bekommt ihr nicht nur 15.000 Punkte, sondern eigentlich nochmal 7.500 obendrauf. Das heißt, 22.500 obendrauf und die 75.000 Punkte on top. Das sind, ja, 97.500 Punkte. Ja, und das sind tatsächlich mehr Punkte, als hier für diesen Flug hier benötigt, denn das sind nur 45.000 Meilen. Und ihr könnt ja eure American Express Girls Punkte in Meilen ummeilen, also transferieren, zu verschiedenen Fliegerprogrammen, nicht nur KTL, sondern auch KC Pacific. Und das 5 zu 4, das heißt, dass ihr habt dann mit 78.000 Meilen, mit diesem einzigen Angebot. Das heißt, ihr könnt das fast schon zweimal fliegen, hin und zurück in den First Class. Und, wobei ich empfehlen würde, nur hinzufliegen, weil da habt ihr die First Class laut, aber hin und zurück ist auch toll, oder? Die Voraussetzungen und die Teilnahmebedingungen findet ihr auf unserer Webseite. Und damit seid ihr eigentlich bestens informiert. Nur wenn ihr nicht, schreibt am besten bei unserer FAQ an über alle Fragen, alle wichtigen Fragen und meine Antworten zu dieser Karte und aber auch zur Platinum, Privat- oder zur Gold-Variante. Möchtet ihr keine American Express haben oder eher eine Mastercard, dann ist noch vielmals zu World Gold im Angebot. Also aktuell könnt ihr euch wirklich aussuchen, wo ihr eure Meilen sammelt oder bekommt. Oder ihr macht einfach alles. Aber ich würde sagen, der Fairness halber, da zeige ich euch nochmal, was sie kostet. Ich habe sie nämlich auch, die Business-Variante, der American Express Platinum. Ich zahle 700 Euro im Jahr, was nicht wenig ist. Ich habe aber da, das habt ihr auch, einiges dabei, was die Kosten eigentlich wieder wettmacht, also rausholen. Ich habe zwei Priority Pass zugegeben. Einer davon kostet schon fast 400 Euro pro Person. Das heißt, damit sind sie ja eigentlich schon wieder drin. Aber ich nutze nur einen, weil Dominik hat ja selber eine Platinum-Kreditkarte. Und kann damit in über 1000 verschiedene Lounges weltweit am Flughafen gehen. Kostet den Lust, so viel ich will, so wann ich will. Aber ich muss natürlich ein Ticket am gleichen Tag haben und auch vom Flughafen abfliegen können. Und ich habe 200 Euro pro Jahr Reiseguthaben. Das kann ich für Hotel oder für Flüge investieren, also nicht vergessen. Machen wir auch regelmäßig und Termin setzen. Damit habe ich eigentlich schon wieder locker drin die 700 Euro gebührt, aber es geht weiter. Ihr habt noch verschiedene Offers. Wenn ihr das geschickt macht, habt ihr allein damit ja schon wieder einige hundert Euro wieder drin. Ihr braucht ja bloß mal ein bisschen einkaufen gehen bei Dell mit dem Guthaben oder bei Vortab. Da könnt ihr online shoppen gehen und für mal ein bisschen Seife kaufen. Zum Beispiel, ein bisschen Verbrauchter, Unterbäsche, kann immer gebrauchen. 45 Euro, zweimal im Jahr. Habt ihr mal Probleme mit einer Verspätung oder das Gepäck kam nicht mit? Das kommt relativ oft vor, aktuell. Dann gibt es mal eben für ein paar faste Zulieferung oder mitgekommenes Gepäck mehrere hundert Euro, je nachdem, was ihr einkauft. Einfach einkaufen gehen, die Kürtung aufheben, einreichen, Geld kommt oder Verspätung. Gibt es eine Entschädigung, abgesichert mit eurer Kreditkarte. Versicherungsbedingungen und alle Versicherungen, auch wieder bitte auf unserer Webseite schauen, die ist lang die Liste. Also das ist eines der besten Vorteile. Natürlich neben der Möglichkeit, damit Punkte zu sammeln, um sie wieder in Meilen zu investieren. Mehr bei kann ich erzählen über die Kreditkarte. Eure Wahl, habt ihr ein Business, habt ihr ein Geschäft, seid ihr Freiberufler oder seid ihr selbstständig. Besorgt euch diese Kreditkarte genau jetzt, denn damit habt ihr nicht nur eine Karte zu zahlen, sondern ein ganz, ganz großes Werkzeug für euren nächsten First Class Group wie diesem. Also vielen Dank fürs Zuschauen, würde ich sagen. Ich habe noch drei Stunden, bis ich in Marley, also auf dem Marley-Dieben bin und dann geht die Fahrt, der ist richtig los. Denn auch zu dieser Karte gibt es einen Status, kostenlos dazu, z.B. bei Hilton, den Goldstatus. Gibt euch kostenloses Frühstück für zwei Personen. Also ich weiß nicht, ich kann nicht mehr aufwenden damit, also ich muss aufwenden. Also mehr auf unserer Webseite, einfach mal auf das I oder am Ende des Videos kommt der Einblender einfach da drauf drücken. Dann kommt ihr auf der Webseite und könnt ihr nochmal nachlesen, was sie euch bringt diese Kreditkarte. Tschüss! Tschüss! Bevor es warm ist, möchtet ihr ein bisschen Wein? Ja, wir können. Bei Hilton ist schon viel wert, aber auch schon der Goldstatus, kostenloses Frühstück, jeden Morgen bis 10.30 Uhr. Was esse ich jetzt nur? Das ist Heaven, oder? Das ist unglaubliches Frühstück. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.